Es geht langsam los. Die Morgenstunden brechen an und jawohl und es zuppelt auch schon los. So soll das. Hier an dem Spot soll es gerade wieder richtig gut laufen. Wieder mal mit Karamell. Jetzt aber so eine leicht abgewandelte Form. Karamell und Früchte. Ja, Undead Kitty Cat hat hier ordentlich rausgezogen. Einfach mal den ganzen Tag hier verbracht und schön ein Brocken nach dem anderen hier gefangen. Na, was haben wir hier? Eine schöne Schleie auch noch dabei. Jawollo, 2,7er Schleie. Ich nehme auch gerne noch die Kvolzdorfsky Schleie mit. Die ist auch hier reingegangen. Und hier läuft es wieder mal richtig gut auf altbekannt Karamell. Allerdings eben auch die Kombination Karamell und Karamell mit Früchten. Also so eine leicht fruchtige Variante im Karamellköder sozusagen. Und nach so langer Testzeit, wenn ich mir das hier gerade anschaue im Discord, dann sieht das doch richtig gut aus. Übrigens Link zum Discord direkt unter dem Video. Jede Menge Spots, die hier auch regelmäßig geteilt werden. Ja, Keuss. Keuss, Keuss, Keuss und Dinkelsbühler Karpfen. Also, so sieht es gerade aus. Natürlich hier nicht Grönland, Hai und Lump, sondern hier gerade vorhin so ein bisschen angetestet. Dann ein bisschen die Köder geändert. Und dann ging es auf einmal auch schon los hier mit den Dinkelsbühlern, mit den Schleien, mit dem Kohaku. Und ich bin gespannt, was noch alles hier reingeht. Der war nur angefakt, der hängt noch nicht dran. Da gucken wir einfach mal, was hier noch alles passiert. Das Ganze hier ganz flach nur ausgeworfen. Also ganz nah hier vorne. Ich gucke mal eben auf der Map. Hier unten sind wir an dem Spot, an diesem Anleger. Also auch eine Stelle, die schon mehrfach ganz gut funktioniert hat. Ich hatte das hier hinten auch schon mal auf 10 Meter probiert. Oder auch hier weiter draußen in Richtung 15 Meter war das einmal noch genau. Und ich glaube, man kann sogar noch weiter werfen. Also es gibt verschiedenste Stellen, die man hier anwerfen kann. Jetzt und hier und an der Stelle auf 6 Meter. 6 Meter geklebt, super kurz, zack, eben rausgeworfen. Dünnes, feines Setup natürlich hier mit ungefähr 18 Kilo. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Und dann Attacke Vollgas. Also richtig, richtig schön. Und wenn ich mir so das Kescher-Bild hier anschaue. Also fast 6 Stunden hier gestanden. Richtig durchgezogen. Und jede Menge Dinkelsbühler. Dinkelsbühler Zeil, 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 Zeilkarpfen. Sehr viele Zeilkarpfen. Bei mir bisher auch Zeilkarpfen. Ja, also anscheinend viele Dinkelsbühler Zeilkarpfen, die hier reingehen. Wenige Spiegelkarpfen. Also normale Spiegelkarpfen und Dinkelsbühler Spiegelkarpfen. Und hier hatte ich mir gedacht, ja Mensch, wenn wir doch hier gerade schon so von der Köder-Kombi reingehen, dann hatte ich hier nochmal ein bisschen rumgespielt. Aber wir gucken uns erstmal das Original an. Der nächste Zeiler. Jawollo. Also zack, wieder raus. Und ich würde sagen, wir gucken mal als erstes hier in das Original, wie gesagt, rein. Also, ganz normales Setup eben hier. Mit den Fiederrouten bin ich jetzt gerade unterwegs. Man kann natürlich auch mit den Pickern hier reingehen, Winkelpickern und so weiter. Also, ich gerade jetzt hier mit der Royal Fiederroute mit plus 10%. Dazu eben hier alles auf einem Einserhaken. 18er Vorfach, geflochtenes Vorfachsmaterial, weil sinkende Boilies. Deswegen sind wir hier eben auch mit dem geflochtenen unterwegs. Und nicht mit dem monophilen Aufsteigenden, sondern eben im Grund. Und dann haben wir hier eben süßen Karamell als Pellets. Und Karamell und Früchte. Man kann das bestimmt auch mit Boily Boily Kombination machen. Aber hier mit Pellets und mit Früchte, Karamell, Boilies ist das doch, glaube ich, eine ganz schöne Kombi. Genau, hier sind sie. Karamell and Fruits. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Klein, wie gesagt, 14 und 15er Milchcreme als Dip. Milchcreme auch zur Zeit absoluter Burner. Ich habe mich direkt noch mal ein bisschen eingedeckt damit. Also Milchcreme lohnt übelst für ganz viele Kombinationen. Und dann das Ganze hier auch noch mal mit einer Futter-Mische versehen. Die Original-Futter-Mische von Undead Kitty Cat ist Mais-Basis. Mais-Basis und dann komplett hier mit Sahne. Sahne-Feed-Pellets in vier, in acht. Süße Sahne auch noch mit rein. Und dann noch mal in Karamell-Boily geschreddert. Also komplett auf Sahne und auf Karamell. Und mit Sahne abgeschmeckt. Also sehr sahnige Futter-Mische. Und die triggert natürlich zusätzlich auch sowas wie Schleier. Gerade auch mit einer Mais-Basis ist das natürlich gar nicht so verkehrt. Jetzt gucke ich gerade mal rein. Ich hatte noch was rumliegen hier mit Karamell. Deswegen hatte ich hier was Ähnliches zumindest drin. Ich habe hier Rapsamen mal verwendet als Basis. Habe hier auch süße Sahne, Kokossahne mit drin. Und dann komplett auf Karamell. Also zweimal Karamell geschreddert. Und auch noch mal Sahne eben als Dip. Also ähnliche Variante. Vielleicht nicht ganz eins zu eins. Und als drittes Setup, als dritte Route jetzt hier. Bin ich mal komplett noch mal mit der Milchcreme reingegangen. Weil die Milchcreme als Dip einfach auch immer wieder so gut funktioniert. Deswegen auch einfach noch mal getestet, ob hier Milchcreme nicht noch mal ein bisschen mehr triggert. Und wenn wir noch mal reingucken. Milchcreme. So. Milchcreme, Milchcreme, Milchcreme. Milchcreme als Pop-up. Das heißt, hier könnten wir tatsächlich auch noch andere Variationen machen. Milchcreme, Pop-up. Milchcreme als Boily. Das Ganze vielleicht sogar noch mal schreddern. Als Futtermische. Wenn man hier die kleinen Zehner dann nimmt. Die dann ein bisschen günstiger sind. Also die dann vielleicht sogar mit reinschreddern in die Futtermische. Also durchaus eine Option hier. Die Milchcreme Boilies. Dass wir die hier einfach noch mal vielleicht ein bisschen mehr ins Rennen bringen. Denn wie gesagt, mit Milchcreme als Dip läuft das schon richtig gut. Und dann vielleicht sogar noch hier so eine Kombination mit in die Futtermische nehmen. Kondensmilch oder Milchpulver. Ich glaube, wir kriegen hier eine ordentlich milchige Futtermische hin. Weißt du was? Wir machen das auch einfach mal eben. Wir schreddern mal eben hier einen Boily. Wir gehen mal komplett milchig rein hier. Nehmen wir hier die kleinen sinkenden in 10. So, die einmal herstellen. Und dann haben wir doch hier gleich ganz viele Möglichkeiten. Zack. Wir nehmen mal nur das Bällchen. Nehmen hier auch das Maismehl als Basis. Gehen dann hier komplett auf Milchcreme rein. Und weil wir gerade so milchig sind, nehmen wir noch die Kondensmilch mit rein. Und dann nehmen wir hier auch noch Milchpulver mit rein. Ja, wenn das mal nicht milchig ist. Und dann kommt hier noch, eigentlich müssten wir noch Karamell nehmen. Aber als Zusatz werfe ich das jetzt gleich mit rein. Hier kommt jetzt noch entweder Sahne. Sollen wir Sahne nehmen oder Mais? Weißt du was? Wir nehmen Sahne. Sahne kommt noch mit rein. Oh, geschredderte Sahne-Soluble wäre natürlich der Burner. Aber wir nehmen hier einfach süße Sahne oder hier 10er Sahne-Feed-Pellets. Wir nehmen mal süße Sahne-Feed-Pellets mit rein. Das Ganze nochmal ein bisschen süßlicher. Und dann gehen wir hier nochmal auf die Sahne. Also wenn das mal nicht ultimativ sahnig-milchig ist. Also erste Sahne und Milch. So, zack, fertig. Anfertigen. Mann, 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 Mann. Es wird wild, dass das nicht komplett weiß ist. Aber direkt hier 10 von 10 Qualität. Beste Kombi, Alten. Beste Kombination. Und jetzt hier ein auf Milch. Wo sind die Boilies? Erste Sahne und Milch. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Nur 6 Meter weit raus. Pflüpp. Also werfen wir nur so bis Viertel nach aufgeladen. 4, 5. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Denn hier ist ja auch schon andere Futter-Mische mit drin. Zack, der nächste. Bestimmt auch wieder ein Dinkel, oder? Jawohl. Also hier gehen auf jeden Fall auch die Dinkelsbühler ganz gut rein. Kann man machen. Und wenn ich mir, wie gesagt, den Kescher, warte mal, jetzt machen wir hier mal eben die Futter-Mische runter, den Kescher anschaue, dann, wie gesagt, neben den ganzen Dinkelsbühlern jede Menge, jede Menge Kois, vor allem eben auch die Kohakus. Wahnsinnig viele Kohakus. Narumi Asagi war auch mit dabei. 4 Stück in der gesamten Zeit. Aber eben hauptsächlich eben den Kohaku-Ette hier. Davon waren jetzt die meisten mit dabei. Und auch noch ein paar Orenji Ogon waren auch mit dabei. Also hauptsächlich Dinkelsbühler. Ein paar normale Spiegelkarpfen sind mit dabei. Und dann eben die klassischen Kois. Und eine Trophy vom Kvolzdorfsky. Kvolzdorfsky-Schleie als Trophy war auch mit dabei. Also ein richtig nicer Spot. Ordentlich gemischt. Natürlich auch mit viel Sitzfleisch. Also lange rumprobiert. Und ich habe ja vorher schon noch ein bisschen andere Köder-Kombis probiert. Da muss ich jetzt sagen, im Moment ist diese Kombi jetzt hier auch mit dem Karamell und Frucht tatsächlich somit die beste. Die kommt halt richtig gut an. Andererseits muss ich auch sagen, hier jetzt gerade die Milchcreme kickt auch richtig gut rein. Also Milchcreme kann man wahrscheinlich auch noch ganz gut testen. Aber bisher muss ich sagen, die Karamell- und Fruchtkombi sehr, sehr gut. Läuft richtig gut. Hat richtig gut angefangen sofort. Also da kann man durchaus mal reingehen und weiter testen. Ich teste jetzt gleich nochmal weiter komplett auf Milchcreme. Gehe nochmal richtig schön milchig hier an die Angelegenheit. Und dann gucken wir mal, was hier noch so passiert. Ja, 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 komm, den nehmen wir noch eben mit hier. Den nehmen wir noch eben mit. So. Der hat sogar noch richtig schön Bock hier nochmal schön auf, ja, auf der klassischen Kombi, ne? Mit Karamell und mit Karamell und Früchte. Wann haben wir denn hier? Mann, 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 Mann. Ja, alleine so ein normaler Schuppenkarpfen oder Spiegelkarpfen als Trophy würde mich schon freuen, damit man die hier einfach abhaken, ne? Fürs Fangbuch. Die sind ja auch im Fangbuch mit drin, das wäre schon nicht schlecht. Komm, ran hier. Jawohl, der nächste Dinkelsbühler. Also so viele Dinkelsbühler Zeilkarpfen, das ist schon der Hammer, ne? So, ein bisschen im Wasser lassen, aber trotzdem ranziehen. 10,2 Kilo Dinkelsbühler Zeil. Stopp, auch hier die Futtermische runter. Wir haben genug Futtermische am Spot und gerade noch das Milchige reingeschmissen. So kann das auch gerne hier weitergehen. So, den nehmen wir auch gerne mit. Jetzt aber Petri Olimmels, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020